Nachdenkseiten Die kritische Website Wieso muss Bundeswehrsoldat nach Ende der Duldungspflicht für mRNA-Impfverweigerung in den Knast? Von Florian Warwick Am 16. September war der Oberfeldwebel Alexander Bittner vor seiner Kaserne in Ingolstadt von der Polizei verhaftet und in die JVA Eichach eingeliefert worden. Dort muss er eine sechsmonatige Haftstrafe wegen Verweigerung der Covid-19-Impfpflicht absitzen. Der Bundeswehrsoldat befindet sich mittlerweile im Hungerstreik. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte zuvor am 28. Mai nach einem Votum der Arbeitsgruppe des Wehrmedizinischen Beirats die Duldungspflicht für Covid-19-Impfungen aufgehoben. Vor diesem Hintergrund wollten die Nachdenkseiten wissen, wieso der Oberfeldwebel trotzdem eine Haftstrafe antreten muss und was aus der angekündigten Evaluierung der mRNA-Impfungen in der Bundeswehr geworden ist. Herr Stempfle, am 16. September wurde der Oberfeldwebel Alexander Bittner vor seiner Kaserne in Ingolstadt von der Polizei verhafteten JVA Eichach eingeliefert, wo er eine sechsmonatige Haftstrafe absitzen muss wegen Verweigerung der Corona-Impfpflicht. Er befindet sich mittlerweile im Hungerstreik. Jetzt hatte Verteidigungsminister Pistorius ja allerdings höchstpersönlich am 28. Mai nach Votum der Arbeitsgruppe des Wehrmedizinischen Beirats die Duldungspflicht für Covid-19-Impfungen aufgehoben. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, wieso der Oberfeldwebel eine Haftstrafe absitzen muss oder antreten muss. Der hat da sich wegen Bedenken gegen MNR-Impfstoffe widersetzt, obwohl der Verteidigungsminister ja bereits vier Monate vorher die Duldungspflicht ausgesetzt hatte. Wenn Sie mir das kurz erläutern könnten. Kann ich natürlich nicht, weil das eine Geschichte ist, die offenbar beim Gericht entschieden wurde und nicht bei uns. Da müssen Sie wirklich da mal nachfolgen. Sie möchten da nochmal nachfragen? Genau, weil das Bundesverwaltungsgericht hatte ja auch in diesem ganzen Kontext eine Evaluierung der MNR-Impfmaßnahmen eingefordert von der Bundeswehr. Da würde mich nur interessieren, können Sie uns da auf den aktuellen Stand bringen, wie die Evaluierung steht? Die Frage müssen Sie nochmal hören. Können Sie nochmal sagen? Das Bundesverwaltungsgericht hat am 7. Juli im Kontext dieser ganzen juristischen Auseinandersetzung entschieden oder eingefordert, dass die Bundeswehr bzw. das Bundesverteidigungsministerium eine Evaluierung durchführen sollte der bisherigen MNR-Impfmaßnahmen in der Bundeswehr. Und wie da der Stand ist, ist jetzt auch ein paar Monate her, der Evaluierung. Genau, also sobald die Evaluierung fertig ist, würden wir das bekannt geben. Vorher nicht. Gut, dann habe ich die Kollegin dort ganz rechts. Hintergrund. Grundlage für Bittners Verurteilung war die im November 2021 von der damaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer CDU eingeführte Duldungspflicht für Covid-19-Impfungen für Bundeswehrangehörige. Die Pflicht war im Mai 2024 nach einem Votum des Wehrmedizinischen Beirats sowie der Empfehlung des Inspekteurs des Sanitärdienstes der Bundeswehr wieder abgeschafft worden. Die Nachdenkseiten hatten zu der Aussetzung bereits am 29. Mai auf der Bundespressekonferenz nachgefragt. Anmerkung der Redaktion. Die Bundeswehr und auch das Verteidigungsministerium nutzen, trotz des signifikanten Bedeutungsunterschieds, in öffentlichen Bekanntmachungen und Pressemitteilungen die Begriffe Aussetzung und Aufhebung als Synonyme. Ende der Anmerkung. Das Amtsgericht Ingolstadt hatte den 41-Jährigen zunächst zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung sowie zur Zahlung einer Bewährungsauflage von 2500 Euro verurteilt. Bittner lehnte die Auflage allerdings mit der Begründung ab, dass er nicht schuldig sei. Die Zahlung zu akzeptieren, käme aber einem Schuldeingeständnis gleich. Nach Ablauf der Bewährungszeit hätte der Oberfeldwebel die Haftstrafe am 9. September 2024 antreten müssen. Am 16. September ist Bittner durch die Polizei Ingolstadt auf Anweisung der dortigen Staatsanwaltschaft kurz vor Betreten der Kaserne festgenommen worden. Er war zu dem Zeitpunkt krankgeschrieben und nur dort, um die Krankschreibung seinem Truppenarzt auszuhändigen. Wie das Online-Magazin Multipolar in einem Artikel mit dem Titel »Verhafteter Soldat tritt in Hungerstreik« beschreibt, ist Bittner Alleinverdiener und Vater von drei Kindern. Laut Angaben seiner Frau und der Menschenrechtsorganisation United for Freedom, UFF, die ihn unterstützt, darf er einmal in der Woche zehn Minuten telefonieren. Der Arzt und EU-Parlamentsabgeordnete Friedrich Pürner, BSW, hat kurzfristig um ein Gespräch mit der Amtsleitung und dem dort inhaftierten Oberfeldwebel gebeten. Bisher habe die JVA jedoch nicht auf die Anfrage reagiert. Der Mediziner war früher als Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Eichach-Friedberg und als Gefängnisarzt in der JVA tätig, in welcher Bittner nun einsitzt. Ein anderer Soldat, der Oberstabsgefreite Jan Reiners, hat eine entsprechende Haftstrafe bereits hinter sich. Im Juli 2024 hatte er seine 40-tägige Haft in der Justizvollzugsanstalt Lingen in Niedersachsen angetreten. Zuvor hatte ihm die Bundeswehr, der er zwölf Jahre diente, laut eigener Darlegung gegenüber Kontrafunk alles weggenommen. Der Bundeswehrsoldat lebt seitdem von Bürgergeld. Zitat Bundeswehrführerschein, Truppendienstausweis, ich durfte nicht mehr einfach so in die Kaserne, man hat mich wie einen Schwerverbrecher behandelt. Zitat Ende Das Soldatengesetz § 17a 2 besagt Der Soldat muss ärztlichen Maßnahmen gegen seinen Willen nur dann folgen, wenn sie der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen. Zitat Ende Vor diesem Hintergrund erklärte Reiners Anwalt Edgar Siemund, dass der Befehl zur Covid-Impfung unzulässig gewesen sei. Die Corona-Impfungen wurden im Rahmen ihrer Notzulassung nicht auf Schutz vor Übertragung des Virus getestet. Das bestätigte Pfizer-Direktorin Janine Smal im Oktober 2022 in einem Sonderausschuss des Europäischen Parlaments. Auch die Europäische Arzneimittelaufsicht EMA musste dies im Oktober 2023 einräumen. Zitat Bezugnehmend auf diese Aussagen und die Erkenntnisse aus der Veröffentlichung der ungeschwärzten RKI-Protokolle Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.